Wir sind hier wieder. Wir sind hier wieder. Wir sind hier wieder. Wir sind hier wieder. Mit unserer Cassandra. Hallo. Wollen wir zurück? Ich will anlegen. Ich brauche noch was. Da hinten. Da können wir vielleicht was finden. Ich suche nur einen Schmied oder so. Oder ein paar Leute, die wir möchten. Weil wir sind hier kurz vor. Kurz vor. Level Up. Oh, ein Seltner. Bei uns. Ja, hallo. So. Gerne. Geringer Schaden durch Gift. Besser als nix, ne? So. Wollen wir gleich ausfindig machen den Typen. Dann liegt da noch Cash. So. Du wirst es nicht weit bringen. Glaub mir. Bleib auf Abstand. Klar? Müsst ihr mit mir anlegen? Hey, ich sag's nicht nochmal. Verpiss dich, Alter. Na? 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 Das ist wies. Das ist wies. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh. Weiter, weiter, weiter. Was ist das mit dir, Alter? Werden so eine scheiß Brandbomben, ne? Keine Rückzieher. Wies. Skannier. Super. Das darf man nicht treffen. Das ist ungefähr. Wieso, wieso, wieso? Du hast wieder Verstärkung geholt, Alter, hm? Wollen wir ein Prankfell grad in der Hand? Guts aus, ne? Brenn. Hier und jetzt wirst du sterben. Wow. Scheiß, die Wandern. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich verpiss mich drücken. Oh, Mann. Doch, doch. So. Müssen wir ein bisschen warten. Weil das wäre doch ein bisschen zu viel für uns. Ist nicht die schöne Art, aber es ist eine Art. So. So. Bei 15. Da müssen wir uns merken, ne? So. Siehst du was? Ich komme mit leeren Händen. Weitermachen. Und bleib wachsam. So wird's gemacht. Ja. Geht die ganze Nacht. So. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, ne? Es ist nervig immer. Geduld ist eine Tugend, ne? Konntest du etwas sehen? Nein. Einfach weg. Such mit der nötigen Konzentration. Verstand. Okay. Der hat's halt ne berückte drin. Okay. Aber jetzt, ne? Jetzt kann ich ganz normalen laufen, oder? So. Ach du Scheiße. Komm zurück. Du sitzt da. Ja, leck mich doch am Arsch. Ja, ihr noch vielleicht. Die Pfeile kamen von drüben. Ich hab gar keine Pfeile geschossen, oder? Ich hab gar keine Pfeile geschossen, oder? Junge, Junge, Junge. Wo ist der Junge? Da weint ein Kind irgendwo. Der hat Augen und Ohren auf. Wir geben nicht auf. Aber sofort. Kollege Braunschweig. Das wird ein Spaß. Und futzer mal. Hey! Zu mir! Das musst du bereuen. Hihihi. Wie ist denn der Schlitz? Oh, ne? Ich krieg dich halt auf. Nee. Ich will weg. Ich werde dich wieder finden. Du gehörst mir. Du gehörst mir? Warte mal. Wenn ich da wo ein Busch reinläuft. Ich werde dich finden. So. Jetzt da. Okay. Das macht gar keinen Schaden von den Typen. Ach du Scheiße. Denkst du aus der Ruhe? Nee. Jetzt kommt ihr noch. Vielleicht. Ihr seid sich hier für Arschbar. Die. Was ist denn hier los? Verdammt. Ich wollte ihn nur killen, den einen Typen. Ah. Oh. Haaaaaaah. Ja. Wo läuft der jetzt hin? Hm. So, jetzt haben wir die Klaue. Bleib stehen. Harald, Junge. Tschüss. Was es auch kostet, ich finde sie. Nee, 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 du kriegst mich nicht, ich krieg dich. So, komm her. Das wissen wir eigentlich nur überwältigende, ne? Wir sind überwältigend. Kletterte Himmels. Ei, ei, ei. So. So, jetzt haben wir die. Oder auch nicht. Ich hab dich nicht ganz richtig. So. So. Ei, ei, ei. Dann war dann fertig, der Typ. Sie kann nicht weit sein. Ich finde sie. Dann komm mal runter. So. Jetzt müssen wir nur abwarten, ne? Ach, nee, Kassandra, du machst scheiße. Da komm ich nicht mit. Da bleibst du da hin. Nein. Ist das ein Katz und Maus Spielkart? Ist das lächerlich. So. Hoffentlich klappt es jetzt, ne? Endlich. Dann mal. So. So, jetzt haben wir die gleich. Bisschen noch warten, jetzt noch. Hey, hey, hey. Was? Du brauchst nicht abhauen, Alter. So haben wir das nicht gewettert. Anders als andere. Striche. Jetzt haben wir keine XP gekriegt dafür, ne? Ist super, ne? Boah. Jetzt müssen wir erst wieder ein paar Spartaner killen oder so. Wo sind denn da welche da hinten? Nein. Dann müssen halt die armen Typen da vorne herhalten. So. Wir den zwei Gatter. Wem bringst du ihn? Aula. Aua. Okay, ganz ruhig. Weiter. So, komm her, du Kakao. Sprülle. So. Durchsuchen. So, jetzt schauen wir mal. Das kann es ja nicht sein, das ist ja ein Futsi-Ding. So, komm her, du. So, komm her, du hattest nicht, das ist ja ein Futsi-Ding. So, komm her. Hey, hey. So, komm her da, Kollege. Anschweig. So, weiter ein bisschen, ne? Und, jawohl, selten der besiegt. Steigen wir jetzt auf? Aui, Stufenaufstück. Jetzt geht's los, Alter. Jetzt müssen wir euch auf, da. Was willst du jetzt von mir, Alter? Ja, lass dich ab. Richtig. So. Danke. Oh, er ist selten entdeckt. Sollen sie entdecken, ne? Was haben wir jetzt da oben? Fähigkeiten haben wir? So. Haltet deine Werfer sauber und Schärfe erhöht. Den krieg ich ja, warte mal, warte mal, was ist von da? Mh, 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 mh. Das kann ich erst mit Stufe 16 machen. Sand verbessern. Ich weiß nicht, das sind so passive, aktive. Was ist denn das da? Irgendwas haben wir jetzt dazubekommen, ne? Waffen wechseln. Äh... Entschuldigung. Mhm. Attentaten. Hm. Wie geht die denn? Irgendwas haben wir jetzt unten freigeschalten. Jetzt weiß ich jetzt nicht was. Das da glaube ich, ja. Eine zweite Waffe, ne? Jetzt kann man eine zweite Waffe, äh, ausrüsten. Das ist auch sehr gut. So. Niederschlang anheuern. Aber ich will ja eigentlich eine Attentaten. Geblindert, ne? Das klingt immer gut, ne? Schiff, sagen wir mal. Kiff, 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 kiff. So, verbessern könnten wir Feuerschaden. Ähm. Das tun wir auch interessanter mal. Aber klar, Garlionsfigur haben wir noch keine. So richtig mächtige. Hm. Da kommt ja Hufsperre, Feuerschrafts. Ah. Sperre. Söltner. Rang 8. Wir stärken bald auf auf Rang 9. So. Hoppala. Der ist da. Ach. Was ist denn das da überhaupt? Was ist denn das da überhaupt? Wir wollten mal zum Schmied schauen, ne? Das war ja unser Plan eigentlich. Und das so ausgeahnt hat jetzt ja wieder, ne? Weil die Kassandra einfach nicht stillhalten kann. So. Okay. Der Schmied. Wir verkaufen nur die besten Waren. Verkaufen. Ich verkaufe auch. Die schlechtesten Waren. Und. So. Fertig? Dann auf ihn! Auf die fertig geflossen haben wir innen da. Was haben wir da? Ein Beutel da. Kann ich aber nicht lesen, ne? Ein episch. Ah. Hoppala. Scusi, Scusi. Verkaufen. So. Zwölf, zwölf, zwölf. Verkaufen. Verkaufen? Ein Pferdchen hat er da? Falsches Pferd? Was? Dieses gesunde und ausdauernde Pferd ist in allen Aufgaben gewachsen. Okay. Brauch ich nicht. Verbesserungen. Ein Speer. Nicholas. Oh je. Ja, den müssen wir upgraden. So. Sehr gut. Und. Bis zum nächsten Mal. Und. Inventar. Eine Zweitwaffe. Kann man den Speer rein, ne? Spürt. Spürt, spürt. publiquiete. Spürt. 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 Ja, der geht da ab. Das muss man mal testen. Warte mal. Was haben wir letztes Mal gehabt? Der hat einen Tempel, den möchte ich noch mal anschauen. Wo war denn der schnell? Der Tempel. Wird der hier gewesen sein irgendwo, oder? Da nicht, nein. Okay, warte mal. Hier, nein. Wo war der Tempel? Oder war der da oben? Ah, hier war der Tempel. Würde ich sagen, ich mach mal eine kurze Reise dorthin. So. 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 da ist ja eine schlange hier wird es geworfen so schönes knüttel streitkolben ein knüttel ich habe ein knüttel blödes so ist das für deine frechheiten die hat mir nicht so wenig abgezogen hat die schlange kaputt machen das sieht man das einmal ich muss bitte aufpassen verdammt wo ich bin jetzt aber was haben wir da jetzt so irgendwas ausgelöst oder da ist ja gewusst ne irgend so ein fies da so geschehen die tisch wahrscheinlich so ok hoppala das ist sauber das ist ein gutes oh man komm doch rein warte mal roten mal los guckst du mal ok ok da gibt es nichts zum holen das ist ein schlangenhaufen der langen schlangenstange langen schlangen wie sie keine kohlen verschalten oder so keine ahnung zünden so ein bisschen licht ist in der bude das andere brennt gar nicht lang es ist wieder was für die kassandra ja aber leck mich ich doch draußen hier ich habe keine kassandra muss echt aufpassen auch sei auf der hut draufschlag der wir gar nicht gesehen ist So komisch ist es geschaut. Ok. Wir sind hinüber. Das ist vielleicht an die Farben. Wo ist das? Daneben. Das ist doch noch eine. Sieh ich. Sieh ich. Sieh ich. Ok. Interagieren. Und ein Fähigkeitspunkt erhalten. Ja das ist nicht schlecht. Danke. Ja alter Schwede. Was ist denn hier los? Ja. 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 Das kann ich das gerne. Also Fähigkeitspunkt haben wir. Dann können wir ein bisschen verbraten. So. Hm. Du kennst dich bestens mit Gift aus. Die effektive Fähigkeit von Gift erhöht sich um 25 Prozent. Und. Hm. Kriegerschaden erhöhen. Das müssen wir auch machen. Das sind die. 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 Und das jetzt mit der Höhle, das tockt mir jetzt auch richtig, ne? So, dann schauen wir noch mal raus. Wenn uns jetzt ein Drecksviech, äh, irgendwo erwischt. Äh, so, kling kling. Ah, hier sind wir. Nein, 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 aui, aui. Schlange, au. Schlange, pfui. Ah, weg. Danke. So. Haben wir jetzt wirklich alles abgegrast hier? Haarok. Hui, hui, hui. So. Wewegen. Schieben wir den Kasten mal so rüber. Falls da wer rauskommen will, wird eingesperrt jetzt. So. Ja, super. Jetzt haben wir die Höhle, äh, den Tempel auseinandergenommen. Das passt mir sehr gut. Ja. Besser kann es nicht laufen, ne? Aber, wir sehen uns bald wieder. Ciao. Ciao. Bauer.